ich erschieße sich ja nicht schließlich nicht in real life ja so wie den ein arm wo er dachte auf einmal ich wäre ein gegner warum stirbt er nicht die blöde sau da gibt zu ich hab dir ganz schön zu ich hab dir ganz schön zu schaffen gemacht wir haben diesmal den das war zweimal ja stimmt wir können wir wechseln haben rechts wir können ja auch gegner sparen haben passiert super und eine tuse wo kommt die half denn jetzt her sitzt oben auf dem wagon ich habe schon gekillt ja ziegelei was einer von euch jetzt mal fast fort sein wird was ist weiß blöde ist wieder ich habe jetzt stress man kann den auch mit einer stikki machen aber das ist nicht so einfach da muss ich nicht mehr die musik an ihn schmeißen und dann draufschließen Oh Gott. Ich hab grad auf jeden Fall einen Schuss gehört. Vorsicht, Feuer. Das ist noch Reis. Das ist ein Schuss. Oh, sorry, du hast mich verpeckeln. Könnt ihr das nicht vorher ansehen, dass ich vorher schreibe? Komm, komm. Komm, komm. Noch weiß. Hier vorne ist Heilung, oder? Danke. Danke. Hoffentlich kann ich ihn jetzt mit dem Martin tun. Das wäre schön. Großer. Weiß. Jetzt hier am Eingang eine. Wir setzen mal hier eine. Da kann man doch bestimmt auch rein, oder? Hier ist noch ein Rolltoy unten. Hier sitze ich. Hier müssten wir auch was hin machen. In dem Durchgang. In den Durchgang nach oben, oder? Ach so. Ach so, hier. Ja, ja, ja. Mach ich. Ja, hier ist noch eine verbarrikadierte Tür, aber da würde ich vielleicht aufmachen. Ich hab jetzt hier. Mhm. Eure Quart. Tschüss. Ich glaube auf mich hier oben. Raben hinter uns. Wenn ihr noch irgendwas habt, sagt mir Scheid. Ich hab noch eine. Schuss in den Nordosten. Hier hinten läuft was. Aha. Der andere Gegner ist genau nebenan. Nordosten wird dann gerade der schlechter gewesen sein. Meist was. Ah. Wo? Wo? Der sitzt da unten, wo ich bin, vor der Tür saß er gerade. Und zwar ein Hundertstel zu langsam zur Seite bewegt. Da ja genau da. Da sind zwei Fallen, Alea. Unten ist er reingeschluckt. Au, hat mich noch. Ja, heil dich. Lebe mich hoch. Du bist ja eigentlich safe. Du musst ja erst durch die Fallen durch. Komm jetzt. Jetzt ist Feuer. Na ja. Jetzt nicht mehr. Ich hab eine Trophäe. Ich hab auch eine. Ich weiß was. Ja, hat Feuer geworfen. Direkt dahinter. Dynamit hat mich schon wieder erwischt. Achtung. Ich hab eine Stube gemacht. Einer da oben oben. Einer da oben links. Tür ist wieder zu. Ja, hab sie gerade zugeschossen. Ja, hab sie gerade zugeschossen. Ja, hab sie gerade zugeschossen. Wenn du auf der Drehrad schließt, machst du das Ding zu. Ich schneide los. Zwei Teams hier. Super, ich hab nur noch ein, zwei Ball. Also hier die ist gerade aufgehoben worden. Na, Papa hat sich gerade geheilt, oder? Ich hab mich geheilt. Okay. Bleib mal bitte stehen. Einer schleicht hier auf der Seite. Wenn er hier reinkommt. Habe ich ihn. Aber er ist gleich, glaube ich, eher so 105, oder? Ich glaube, die sind jetzt erst mal miteinander beschäftigt. Es kann ja nur noch einer leben. Ich glaube, kann das sein, dass das das Bounty Team ist? Nee, ist ja aufgehoben worden. Quatsch. Eine Leiche liegt hier oben bei mir. Eine liegt hier vor der Rolltür. Die kann natürlich aufgehoben werden, ne? Ja. Na, das siehst du. Dann kommt der Kopf ja davor raus. Also aufpassen. Kann doch drauf gucken. Stimmt's? Er läuft hier auf der Seite. Er ist aufgehoben worden. Ah, verpasst. Heilt sich hier oben, glaube ich. Glaub ich unten. Ein Richtung Westen. Seite. Steht in der Leiter hoch. Mathe ist bei dir. Ja. Ist hier oben drin. Weiter ist hier oben. Pass auf, die Waffe ist schon, äh, die Falle ist schon ausgelöst da vorne. Unten. Ich würde dir einen hier oben anzünden, der Toten, ne? Ja, zünd den an. Habt ihr da auf das Tor geachtet? Ist wieder zu. Bis beim Tor. Ähmt auf mich. Was? Habt ne Lampe. So. Der brennt. Ja, am Schaukisch müssen. Einer hit. Einer ist unten. Drin? Ja. Hat die Falle ausgelöst, ja? Feuer. Nach oben. Ich versuche unten durch die Tür durch zu kommen. Ah, scheiße. Hab mich nicht erwischt. Der sitzt genau hier. Komm. Hat mich. Schon wieder hab ich. Hat gibt's doch nicht. Messert der mich. Komm weg hier. Ja. Ich hab nur noch einen Balken, ne? Hätt sich besser liegen gelassen. Ach so. Ja. Ach so. Die ist da runter. Ja. Dann guck du hier auf die Leiche, Papa, damit die nicht aus Fern aufgehoben wird. und guck dass du sicher stehst ja ich bin auch mal damit ich wieder heilung bekommen der ist hier oben bei mir sind ja noch zwei ne kann nur einer sein es sei denn das andere team ist es echt wo liegt denn die zweite leiche bei mir die hat er doch angezündet ach ja die ist aber gelöscht worden aber er liegt bei mir handen vorsicht c ist verbarrikadiert achtung gehen wir da weg mach ich die leiche an pass auf alle an der fabrikadien tür an der drehtür ist jetzt einer weiter anschleichen weiter anschleichen ab 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 Scheiße, ich bin tot. Leck mich doch am Arsch. Ich hab ihn nicht gesehen. Hat Hit? Muss ich heilen, geh hinterher Alia. Tod. Tod. Und dann hauen wir ab. Ja, ich hab einen. Den nach vorne und nicht oben auch. Den anderen kannst du nicht suchen, weil er brennt. Wollen wir den Ausgang? Äh... Südost. Südost. Weil bei dem anderen hat mir nur einer aufgenommen, weißt du? Und vielleicht ist ja auch ein einzelner. Ja. Ich hab keine Ausdauerspritze, ist mein Problem. Kein Supply hier? Doch. Wir rennen stricken nach Norden durch. Wir laufen ganz hier links und dann nach Norden hoch, ne? Ja. Können wir über die Brücke gehen. Über Battery. Da die ganze Ecke hochlaufen. Ja. Das müssten wir schaffen. Weil die kämpfen da unten mit jeweils einem Team noch. Dann sollten wir es eigentlich schaffen. Ja, ich hab halt wieder diese Teilmandel-Munition in der Pistole drin gehabt, ne? Dann kriegen die mal Blübeck-Schaden sofort. Terroraktiv. Ja, sicher. Weil deswegen konnten wir den ja pushen. Der musste sich ja hochhalten. Ja. Oder zumindest erstmal so, dass er aufhört zu bluten. Und dann war klar, dass die mit Abschluss drückt ist. Ah, die stand mit gezücktem Messer hinter der Tür. Ja. Die wollten mich messern. War nur ein Hundertstel zu langsam. Ich hatte ja damit gerechnet, dass sie rechts steht. Weil links, das wäre ja zu leicht gewesen. Also ich hab nichts gesehen, ne? Dann hättest du sie ja auch gesehen vorher. Ja. Ja. Deswegen sag ich dir links, Werdo. Für wen, wenn sie sich da eingestellt haben. Dann lass ich dann eben immer sein. Ja. Ja. Fürs Handy. Ja. Fürs Handy. Ja. 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 Ah ah. Wenn jetzt mal richtig was tolles machen würde es alle trouver es auch es ist auch dass es da ist ich mich aber aqui auch mal so fühle wenn ich sterbe. ja noch ein bisschen mehr westlich ich glaube davon ist schon die kutsche na guck mal das team ist raus dann müssten wir es jetzt eigentlich auch schaffen die andere fehl ist noch da die anderen zu viel ist noch da der 9 aufgehoben okay wie jetzt irgendwo waren noch hunde irgendwo waren noch hunde ja 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 das war nur ein headshot an der half ich habe es noch patschen gehört ist auch patschi 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 immer macht es klatschi immer macht es klatschi macht es ist wieder vier sterne macht es ist wieder vier sterne lange anscheinend fällt man ja schneller runter wie rauf das ist unterschiedlich ne es kommt halt immer drauf an siehst du jetzt habe ich wieder skills skills gemacht nicht gestorben wenn ich jetzt wieder sterbe dann ist es wieder weg nicht es. der auf 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 den Untertitelung des ZDF, 2020